Ja Leute, was geht ab? Willkommen zum ersten Rap-Video Deutschlands als Selfie gedreht. Es gibt tausend Meinungen hier über mich, 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 mich und weitere tausend über den Shit, 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 den ich immer wieder bring. Es ist APOL, man, ich glaub ich bin der King, King. Kennst du APOL? Mann, ich schwör dir, das ist der Chef. Scheiß auf alle anderen, die je bekannt waren, als er stört sie, wenn er rappt. Denn, warte mal, ich bitte dich, zieh da sein Scheiß rein, weil er Killer ist. Es geht 1, 2, 3 und er fickt es bis, denn er rhymt sein Scheiß und es hat nichts mehr mit. Es gibt tausend Meinungen hier über mich, 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 mich und weitere tausend über den Shit, 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 den ich immer wieder bring. Es ist APOL, man, ich glaub ich bin der King, King. Kennst du APOL? Mann, der Typ ist gar nicht mal schlecht, aber macht es den Rap so wie ich ihn kenn, leider nicht so ganz gerecht. Denn er ist einfach anders, nicht so wie Sammy oder Savas, nicht wie die Phantas, nicht wie das Brot, fährt aber einfach ne andere Generation. Es gibt tausend Meinungen hier über mich, 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 mich und weitere tausend über den Shit, 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 den ich immer wieder bring. Es ist APOL, man, ich glaub ich bin der King, King. Kennst du APOL? Hey, ich finde den Rapper so sweet, der wirkt irgendwie hart und irgendwie smart. Ich glaub ich bin echt so ein bisschen verliebt, denn er ist irgendwie anders. Ich glaube nicht, dass er mich sieht, würde ihm gerne mal schreiben, doch hab Angst davor, dass er mir nen Kott gibt oder es nicht liest. Es gibt tausend Meinungen hier über mich, 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 mich und weitere tausend über den Shit, 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 den ich immer wieder bring. Es ist APOL, man, ich glaub ich bin der King, King. Kennst du APOL? Mann, ich hasst diesen Typen, mich macht der Spaß immer wütend. Ich klopper, klatsche, genügend um diesen Bastard einfach aus der Bildschirmfläche zu reißen, denn für mich wird es auch mal Zeit, etwas mit Rap zu erreichen, der Wichser. Es gibt tausend Meinungen hier über mich, 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 mich und weitere tausend über den Shit, 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 den ich immer wieder bring. Es ist APOL, man, ich glaub ich bin der King, King. Ihr kennt APOL, gut, ich hoffe ihr wisst alle Bescheid, denn ich bin einfach der Shit und ich zeige den Kids, es ist bald ein ineinander Ranking, in dem Business gibt. Und nichts hält mich auf, ich komm wie Rampe in Licht und erhell den Raum, ihr denkt, es klappt echt nicht. Doch ich keim mich aus, die Konkurrenz kann nichts, dazu checken, wie es schaust. Es wird langsam Zeit, sich eine Meinung zu bilden, ich komm mit sich reimenden Silben und nem eisernen Willen. Wahrscheinlich gibt es tausend Meinungen zu mir und diesem Track hier, doch jetzt muss ich mein Tape weiterschreiben, ich muss weg hier. Das war mein Video, das war MOT, meine Damen und Herren, check mein bald kommendes Tape aus. Peace!